Was seit Wochen in zahlreichen Medien kolportiert wird, steht nun offiziell fest. Die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation stuft Aspartam als möglicherweise krebserregend ein. Das kalorienarme Süßungsmittel Aspartam ist in Europa für die Verwendung als Tafelsüßstoff und als Lebensmittelzusatzstoff in Nahrungsmitteln zugelassen. Etwa in Getränken, Desserts, Süßwaren, Milchprodukten, Kaugummi, kalorienreduzierten Produkten und Erzeugnissen zur Gewichtskontrolle. Das Süßungsmittel wird seit Jahrzehnten umfassend untersucht. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit gilt Aspartam aufgrund eingehender Sicherheitsbewertungen bisher als unbedenklich für den menschlichen Verzehr. Die Krebsforschungsagentur beruft sich in ihrer neuen Einschätzung nun auf begrenzte Evidenz für die krebserregende Wirkung bei Menschen bezüglich des hepatozellulären Karzinoms einer Form von Leberkrebs. Diese Einschätzung basiert auf drei Studien, die einen nicht eindeutigen positiven Zusammenhang zwischen dem Konsum von künstlich gesüßten Getränken und dem Leberkrebsrisiko festgestellt haben. In Tierstudien mit Mäusen und Ratten zeigte sich ebenfalls eine höhere Tumorrate. Allerdings wurden diese Untersuchungen wegen der hohen Süßstoffdosis und wegen der methodischen Mängel kritisiert. In Laborstudien gibt es begrenzte Hinweise darauf, dass Aspartam oxidativen Stress erzeugen kann, wodurch Schäden an Zellen und deren Funktionen entstehen können. Experimente deuten weiters darauf hin, dass das Süßstoff eine chronische Entzündungsreaktion auslösen und in den Mechanismus der Zellalterung eingreifen kann. Das wiederum kann die Entstehung von Krebs begünstigen. Das wiederum kann die Entstehung von Krebs begünstigen.